Was hast du für ein scheiß T-Shirt an, Junge? Nervlich. Wie er runter guckt. Ich wusste gar nicht, was ich an habe, Alter. Boah, hier guckst du. Das fand ich echt. Konzentrier dich jetzt. Eine Hand wächst die andere. Ja, ja, ja. Dybala, ich weiß nicht, was du vorhast. Oh mein Gott. Angeklebt. Was hat der ge... Ah, auf der verpasst. Geiles Tor, Digger. Feier ich. Cooles Tor. So verdient für den Gegner. Hier nochmal. Schön. Oh. Ah. Kannste nichts machen. Oh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, was? Was? Alter, was? Was? Oh mein Gott! Nein. Nein. Was? Das war sehr gut. Genau hinschauen jetzt. Ball geklärt. Pele, Pele, mach ihn doch rein. Klipp das du, klipp das. Ja, da ist er. Digga, da ist er halt wirklich. Was ist das? Oh mein Gott, was? Digga, das kann nicht wahr sein. Digga, das ist so schlimm. Ich bin da. Was war das denn? Was ist das? Hilfe, EA Sports! Ja, was da lässt, weil es nicht sein muss. Hey! 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 Was war das? Junge! Der Strafraum hat ein Ende! Die Strafraum warf oder? Roche z하�je Die Strafraum warf und jetzt ein schuss der antritt von natal es ist gestört es ist gestört dieses tor schon wieder das ist so natal tor waren sind er kann gerne einladen das wäre top die Alter, Bruder, hey, mein John! Alter, die Frisse! Aaaaaah! Oh mein Gott! Ist schon wieder alles vorbei. Unerfahrt. Scheiß-Gem. F***. Peter Wright! Peter Wright! Wer, wer, wenn nicht er! Wer, 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 wenn nicht er! My friends! Huch! Das waren niemand. Die Eingaben haben nicht gestimmt mit dem, was da passiert ist. Kein Scherz. Die Eingaben haben nicht gestimmt mit dem, was da passiert ist. Also, der ist okay. Huch! Was? Was? Jetzt auch was in Duplikaten. Hm? Ja, ja. 90er Mbappé! 90er Mbappé! 90er Mbappé! 90er Mbappé! Was? 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 Messi und Mbappé in einem Pack? Zwei Minuten später macht der Valentinis Tor mit seinem Arsch. Das ist unglaublich. Ey, wieso ist denn Donnerrömer so krass bei ihr? Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, oder? Clip das mal bitte einer. Das hier muss ich nicht verlieren, ich war auf dem Kopf einfach nicht bereit dafür. Ach, Digga, du liegst 7-0 hinten und hast nicht eine Chance gehabt im Spiel und redest davon, dass du das hättest nicht verlieren müssen. Also manchmal ist deine Wahrnehmung echt ganz weit weg von dem, wie sie sein sollte. Oh mein Gott, wir machen den richtig asozial. Ich bin richtig asozial! Was ist das? Das ist ja Road to the Final? Nein, Futures? Oh, der? Futures Tower Test? Huh? Den nehme ich mit? Zwei Mal gegen einen Mitspieler von mir gegengerannt und deswegen wurde ich zurückgebremst. Alter! Was ist da denn gerade passiert? Smalling hat einfach nichts gemacht in der Mitte. Alter! Lars nose! Salt! Mala! Malha. 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 Malha! Malha. Malha! Untertitelung des ZDF für funk, 2017